Einfach mal 400 Spiralen. Digga, welcher Harry Potter das zusammengeschustert hat. Ey. Hä, wie soll das schicken? Was da noch kommt, Junge? Wuff! Und dann herzlich willkommen. Heute wieder eine gediegende Runde GTA. Ein geiler Warlord, habt ihr da Bock drauf? Nee, lass mal. Schade, gibt's trotzdem. Mit dabei haben wir Deko. Hasta la maa! Hallo, Wolltagshow! So, die Nüsschen seien euch ganz, ganz herzlich und zärtlich. Massiert. Bon Reis, heute wird wieder rasiert. Und zwar hoffentlich dieser Warlord und nicht wir. Ah ja. Wir haben jetzt schon etwas länger keinen kranken Warlord mehr gespielt. Der hat ganze... Ja! Alter! Das haben wir noch nie gesehen. Das hatten wir wirklich noch nie. 12% hat der Lachs hier. Alter, was? Warum baut man sowas? Alter! Puh! Ja! 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 Was da noch kommt, Junge? Na ja. Ja, aber wir starten mal bei mir. Ist auch wieder so'n Ding. Aber... Oh, er hat es! Digga, es ist... Ja! Hey, Junge! Ich hab beim rausfahren. In die Hosen gekastet? Was hast du? Das war unfair. Beim rausfahren, was? Das sind mehr Stangen, Junge. Ja, wie gesagt, da ist halt dieser AdWord. Und die AdWord-Wand, da sind immer schwarze Blockaden, damit du nicht auf der gleichen Höhe bleiben kannst, das heißt, du musst auch hoch runterfahren. Und beim rausfahren musst du mal runterfahren, wo richtig viele Stangen sind. Ach da! Nein! Ich hab's jetzt gerade gesehen, aber du kannst easy dranbleiben, du kannst richtig langsam fahren. Also, das ist kein Problem. Ja, aber die Stangen habe ich gerade... Ja, ja. Aber das ist interessant hier. Oh! Der hat direkt wiedergeschafft und auf dem WarRider. Oh! Der hat wiedergeschafft, Bruder. Was ist los? Okay. Pfff. Ja, direkt hier nach unten. Oh! Wie soll man da durchfahren? Oh! 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 Das sind sie nicht mein Leben. Okay, aber jetzt, wo man das so ein paar mal gemacht hat, das ist eigentlich relativ chillo. Oh! Nein! Ey, gegen die letzte Stange unten, Alter. Ich habe den Winkel nach unten bekommen, aber nicht recht sich abgefangen. Ja, hatte ich auch schon. Oh! Da kommt Vorrobecs vielleicht, ne? Ne, ja. Oh! Okay, hoch, 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 hoch. Oh! Was, was, was? Oh! Man, Tippel! Ja, war erster Punkt! Oh mein Gott! Okay, du musst dann von unten nach oben ziehen. Und... Ja, das ist das Problem. Ich hab ein bisschen Schiss davor, rechtzeitig hochzuziehen, dass ich den Wechsel schaffe. Aber erst einmal musste ich hier halt durchkommen. Alter. So, ich schau mir das bei dir aber nochmal weiter an. Okay, ich hab's. Was war das, Junge? Oh, 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 oh! Hallo! Oh, das war übrigens einmal dieses Abfahren da, ne? Digga, vier Minuten, ist doch easy. Wann haben wir bei Silber mal einen Punkt in vier Minuten geschöpft? Nie! Ah, das ist doch überall knackig. Oh, fuck. Nein, Kryptonite, Aussortierer! Wow! Oh, wow! Wow! Der hat ja aber genauso erwischt wie Marvin. Alter! Oh! Nein! I'm still on it! I'm still in on it! Hilfe! Scheiß langsam geworden. Ich weiß nicht, was du da machen musst. Nein, 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 nein. Nein! Und dann noch ein Flip nach unten. Alter, fick mein Leben! Geil! Das tut doch mal wieder gut. So ein bisschen Schwierigkeit. Die letzten Maps, die wir auch so ein bisschen mit Naget gespielt haben, die sind doch nicht mehr herausfordert. Man braucht aber so eine gesunde. Ja, der war aber so eine gesunde. Da war das andere Herausforderung. So eine gesunde Herausforderung einfach. Dass man nicht richtig weggenudelt wird, aber einfach Spaß dran hat. Okay, aber! Muchacha natürlich, Map für euch verlinkt. By the way, check in die Beschreibung aus. Link zu unserem Partner, InstaGaming und Triebwerk findet ihr auch. Auch natürlich zu unserem ersten eigenen Booster-Geschmack, der Muchacha-Army-Box. Gerne mal reinschauen und, dass ihr Bock habt, mal ausprobieren. Die Map auch für euch und die ist echt saftig. Okay, das haben wir. Und jetzt... Warte, ich komme gerade an die Endstelle. Wo bist du? Ja, Flip nach unten geschafft! Und da ist er in diesem Punkt. Es ist nur noch der Flip nach unten. Ja, weiß ich. Achso, weißt du. Ja, und jetzt wieder die scheiß Stangen hier. Geh in den Booster! Oh, ich hab es! Nice, Digga, nice! Was kommt jetzt hier? Direkt eine Koralle rein. Würde ich machen. Okay, verkackt. Ja, ruhig ein bisschen früher sein. Ja, du kannst auch so deine Runden dann drehen. Aber ist chilliger. Und dann mit sich fahren. Ist es dann ein Bumper oder ein Aussortierer? Ein Bumper. Also, nee, du musst rückwärts rausfahren. Okay, kommt da ein Bumper oder ein Aussortierer? Da kommt ein Bumper. Ich würde jetzt nämlich vorwärts wieder in die Tube reinfahren. Wo sind sie? Aber ich bin genau unter der... Okay, ich war oben. Ja. Kannst du also ganz chillig von der Runde raus? Und mit sich meinest du, ne? Ja. Okay. Nein, ich bin leicht angestoßen. So. Oh mein Gott. Und das haben wir aber auch. Alter, das läuft aber auch ganz. Oder schmuf hier von der Hand. Oder schmuf. Oder schmuf von der Hand. Raus bieten. Oh, oh, oh. Ja. Okay, wieder Ausfahrt. Hoffentlich diesmal durch den engen Kack hier durch. Ey. Hä? Wie soll das schälen? Ich habe keine Ahnung, was ich da bei diesem Emschi machen muss. Alter. Oh, leck mich. Ja, das müsst ihr dann sehen. Müssten wir gleich hier bei den Tubes oben raus flippen oder was? Ja, genau. Du fährst jetzt rückwärts. Wo bist du? Ich bin jetzt gerade zum ersten Mal durch den engen Kackdruck. Okay. An Bumper stoße ich jetzt. Ja, verbumper. Ich warte da unten. Okay. Ich bin raus und bin nach oben. Yes. Und jetzt zwei Flips hier oder was? Ja. Lass dir da Zeit, ne? Alles schön. Ja, ab dem ersten. Wow, fuck. Okay. Okay, ab dem zweiten. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, was du in der Emschi machen musst. Ich weiß es nicht. Einen Emschi. Okay, ich fahre nochmal raus und gucke mal. Boah. Habe ich geschafft? Das musst du bei dem Emschi machen. Oh, ich habe den Punkt. Das musst du bei dem Emschi machen. Was musst du machen? Und flippen. Ach, einfach nur unten flippen. Sieht man doch. Nein. Ja, nein. Dass ich das gerade first try geschafft habe bei dem Emschi. Boah. Da ist ja auch nicht so viel Platz im Abfang. Oh, aber echt, seit ich mich die Edwards davor nervöser gemacht. Habe mich so ein bisschen durchgeschlingelt. Aber nächster Punkt, Machacho. Nächster Punkt. Emschi-Flip, dann nach oben flippen und dann wieder nach unten flippen. Das ist alles ziemlich schnell miteinander. Okay, ich bin jetzt wieder da. Ich will da nicht zum dritten Mal hintereinander verkacken. Ja, das schaffst du jetzt. Komm, bitte. Ich glaube an dich, Marvin. Zweimal bin ich jetzt nicht geflippt. Dreimal bin ich nicht geflippt. Boah. Oh. Oh. Komm schon. Nein, komm doch dran. Oh, ich hätte es fast geschafft, Alter. Also es sind eins, zwei, drei. Drei Flips hintereinander, die relativ böse sind. Weil sie halt so nah aneinander sind. Aber dann ist man durch. Ach, dann ist man schon durch. Ja, dann musst du noch einmal einen normalen Void-Wechsel machen und dann war es das. Komm schon, Baby. Ja, aber das bei dir war ja easy, aber ich habe den First-Try gemacht. Wow. Wow. Spaß, Spaß, Spaß. Okay. Dann machen wir mal hier den vierten Try, oder? Machen wir den vierten Try. Ja, ja, ja. Oh, vielleicht habe ich es jetzt. Punkt. Vor-Ride. Normalen Void-Wechsel. Und ich bin durch. Habe den Punkt. Oh. Haben uns gut abgewechselt. Aber irgendwie war die Matt doch befriedigend, weil sie ihn so einen gewissen Schwierigkeitsgrad hatte. Aber saftig. Aber leider wirklich zu kurz. So zwei, drei Boards noch so dahinter. Das wäre, glaube ich, ganz sexy gewesen. Oh. Und? Aber die ganzen Flips da unten. I'm not amused about all the downflips. Oh. Komm. Normaler Wechsel. Ja. Der war nicht clean, aber haben wir. 15 Minuten. Nein, F***er, nein. Diesen, Diesen. Also ungefähr, wie lange haben wir dann gebraucht? Du hast jetzt ein bisschen gewartet. Ich habe am Anfang ein bisschen gewartet. Haben wir bestimmt so eine 12-Minuten-Challenge draus gemacht. So ungefähr, ja. Ich finde, eine perfekte Zeit. Schlagt sie gerne. Nö, aber nicht einfach. Ich finde, 12 Minuten ist eine ziemlich saubere Zeit für dieses Map. Hä, wo ist denn der Punkt, Bruder? Äh, da. Oh, du hast noch einen draußen. LOL! Niemals beendet. Hallo, Marin. Beeilung. Zehn Sekunden auch oder so. Nein, nein. Das wird nix mehr. Digga, mal, er rasiert die Brain auf. Ja, passiert. Aber, geile Map. Nächste Map von dem Muchacho. Er hat geschrieben, 8 Minuten-Challenge für Ziegengötter. Kriegen wir hin, oder? Und 12 Minuten-Challenge für die Losers. Gerade frisch Nüsse gespendet an den Ziegenmann. Yes. Geopfert. Also, ich würde sagen, Ziegengott-Status könnte am Start sein. Also, wir machen keine 8 Minuten draus. Wir machen eiskalt 6 Minuten draus. Jetzt wird hier richtig durchgezwirbelt. Lass uns 5 machen, Alter. Bruder! Hallo! Okay, ich bin besser weggekommen. 5 Minuten-Challenge. Attacke, Attacke! Uh, 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 uh. Ja, wenn man schon, dann kann man auch glatt hier machen. Oh, fuck. Was? Der arbeitet mit solchen... Oh nein, ich bin über den Punkt rübergeflogen. Habe ich schon 5 Minuten, keine Zeit für sowas. Ey, das ist richtig weird gebaut, ey. Was ist denn los mit den Typen? Aber egal, wir nehmen ihn mit. Ach, lol. Ich muss die... Ach, kack, arsch, muschi. Ja. Ja. Alter, sieht nice aus. Einfach mal 400 Spiralen. Oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht rausrutschen. Oh, endlich, äh. Junge! Okay, eine Minute meiner 5 Minuten schon mal geklaut eigentlich. Na, ich warte so lange, bis du hier bist. Ja, aber das macht doch die Zeit nicht besser. Höh, 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 höh. Wäre die Spiralen noch irgendwo anders? Ja, das muss ich mir sagen. Ich werde hier durchgezwirbeln erstmal. Ich habe auch vor durchzuhieben. Oh, Alter, oh, mein Kopf. Ich kann nicht mehr. Ah, da war ich jetzt hier ein bisschen lange noch mal fahren. Denn hier wird es 2. Ah, da war ich weiß, ja. Hier, check ich kurz, okay. Ah, kleine Sprünge. Oh, das geht aber ordentlich auf den Kopf. Ich kann mich noch an die 104 Spiralen erinnern. Aber die waren, glaube ich, ein bisschen... War ein bisschen dick, äh, nee, dünner, oder? Das war ja richtig easy gerade. Das war echt easy, ja. Aber da war noch Wechsel drin. Ja, okay. Okay, wir haben noch 33. Weiter, 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 weiter. Ja, nicht lange schnacken, Kopf und Nacken, auf geht's. Ja, aber jetzt wird nicht mehr gewartet. Jetzt einfach durch. Einer von uns muss die 5 Minuten hinkriegen. so würde auch unsere map aussehen warum baut ihr niemals eine app genau deswegen genau der seger weiter 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 ja wir sind noch nicht mal bei der hälfte okay kurze drehung das ist so ein speedrun hier gerade speedrun hallo okay es geht weiter drei minuten noch ich habe zwei nicht sechs minuten gesagt aber deko hat ja wirklich die die 5-minuten-challenge ausgesprochen die müssen wir ja wenn wir schon unterbieten hier dann auch so fünf minuten pause ja 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 hallo drehen wir haben wir heute richtig professional ich hoffe einfach einfach das war gut einfach hart gegen ball und hoffen dass man sich nicht auf den rücken dreht wenn man schön weiterfahren kann weil er geht hier zwei minuten gleich nur noch zwei minuten bin da ich bin da ich bin da ich bin da ich bin der right behind you das ist ja aber richtig intensiv nein oben und ich weiß nicht wo muss gefahren wo oben ist es richtig hier ja hier ist der punkt ist jetzt wieder nach unten nein da war eine adwords stange die in youtube reingeragt hat die harry potter das zusammengeschustert meine zeit okay jetzt gibt es leider oh mein gott eine minute dreißig dass der letzte ball kommt man kann man kann man kann man kann man wir schaffen das und jetzt und jetzt und jetzt und jetzt und jetzt und da weiter 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 eine minuten 20 kommen die punkte haben wir noch immer noch fünf punkte speed 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 hohoho da haben wir da haben wir den schritt ja los die über den punkt haben was ein bisschen zeit kostet muss der nächste das der nächste und hier ein bisschen abfahren eine minute noch aber was was haben was haben was haben wir das gehen wir hin jawohl egal vier minuten wer ist er ich habe den punkt natürlich eingesammelt warum nicht und vier minuten 20 nein sie ist der fünf minuten challenge easy peasy acht minuten die bekommen sogar ich ja was sind wir dann ja wir sind die ziegen männer wir sind einfach sind die götter von den göttern direkt direkt connected ja ja direkt connected deswegen ja das war doch ein erst mal prächtig geil durchrasiert die zweite genauso geile challenge geschafft probiert selber auch vier minuten eure challenge da bin ich verkehrt laufen das kann ich jetzt schon mal sagen ansonsten daumen nach oben bei der bestellung checken dann reingau doch ja 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 ja